Was ist denn das eigentlich für ein Schiff? Ich habe auch zweimal Cyclon, ne? Ja, versuchen wir die mal so. Ich glaube, das ist sogar besser, ne? Ich glaube, hier muss ich jetzt auch mal, es ist schade, dass ich die eine Gruppe verloren habe, Leute. Machen wir erst mal den hier. Und... Und ich komme überhaupt nicht vorwärts. Gut, eins haben wir. Darauf, darauf. Und das Rammschiff. Probieren wir mal so. Sieht gut aus. Ähm, machen wir normal. Sieht auch gut aus wieder. Darf ich jetzt? So. Ich glaube, wir machen das gut. Auch wenn wir durch diesen einen unsinnigen Aktionen Dings verloren haben. Ja, macht ihr mal da. Da habe ich keine Specials mehr. Ja, komm hier. Was machen wir denn jetzt? Machen wir nochmal Cyclon. Den machen wir einmal noch normal. Vor allem, da werden jetzt... Die anderen greifen den ja auch jetzt an. Und hier haben wir sogar nochmal Recover. Brauchen wir anscheinend auch. Nein! Oh, nee, ich habe den... Oh, nee, ich habe den... Fuck. Charg! Schau, schau! Oh, warum sind die gerade gestorben? Was soll denn das? Ja, jagt sie. Oh, wie ärgerlich, ey. Jetzt geh doch da drauf. Ich habe ein bisschen Angst, ey. Oh, das war so klar. Oh, nein. Scheiße. Kriegt die auch nicht weg, ne? Oh, doch. Ach, das gibt's nicht. Schau, schau! Schau! Okay. Oh, nein. Ja. Warum kann ich hier nicht rauf? Ich habe doch noch einmal Flowing gehabt eigentlich, oder nicht? Okay, hier sind wir alle verloren anscheinend, dann müssen wir alle da drauf gehen, was weiß ich. Okay, das war anscheinend ausreichend. War das falsch? Oh, sag nicht, das war jetzt auch schon wieder falsch. Nee, war richtig, ne? Hm. Mann, was für ne Scheiße. Das Ram Ship, das macht mir Gedanken. Oh Gott, thank you. Das haben wir gerade noch, das wäre voll schief gegangen. Was für ne Scheiße. Was für ne Scheiße. Hm, what are they waiting for? Let's go put them out their misery. Ja. Gut, die haben sich verschanzt, wir müssen jetzt da hin und die aus ihrer Verschanzung rausholen. gut, die kann mit uns kommen, ist sowieso eine von unseren Stammleuten. Von daher passt das schon. Ja, besser mit ihr als mit dir. Alles ist besser als mit dir. Hm. Pass auf, welche du von mir mitnimmst, welche Leute. ich hab, guck mal, keiner hat gesagt, dass sie jetzt mit soll. Hat das irgendwer gesagt? Oh, ist die, die ist schrecklich. Ja, möchte ich gerne. Wir hatten, ja, warte, erstmal nochmal Entourage, nehmen wir Josephine. Wo ist sie denn? Äh, Zieradus ist automatisch dabei. Oh ja, natürlich, Ego Berdo. So. Dann einmal Zweig. Einmal. Dann einmal Zweig. Boah. Level 30 ist jetzt fast nichts, aber ich glaube, die kämpft richtig gut. Richard. Richard. Und, ähm, den haben wir da eben aufgerüstet gehabt eigentlich. Weiß ich gar nicht mehr. Den mit dem Knüppel. Den mit dem Knüppel und. Achso, und den anderen Suppenkasper da. Nehmen wir noch mit. Nehmen wir noch mit. Nehmen wir noch mit. Roy. Oder Kyle. Kai hat schon mehr Runes, trotzdem nehmen wir erstmal Roy mit, glaube ich. Ich weiß nicht, ob das eine gute Entscheidung ist, ne? Aber. So. Und da packen wir uns noch einen Arzt rein. Mh, ein Arzt. Sajiri. Sajiri. Sairo. Murat. So. So. Das überlege ich, oder nehme ich da, nehme ich da die gute. Ja, wird schon passen. Have a good trip, ja, wenn ich Drogen nehme. So. Formation Swap. Weg mit ihr. Keiner will die haben. Und Josephine können wir zwischendurch tauschen mal für Cerase. Dann habe ich die nämlich für den Boss. Okay. Dann brauchen wir noch eine Formation. Und zwar nehmen wir wieder Halbmond für die Sache hier. Und wir positionieren. Und dann nehmen wir wieder sie dahin. Roy. Hier hin. Ardil dahin. Josephine an die letzte Stelle. Und Richard an die erste Stelle. So. Und dann müssen wir wahrscheinlich die beiden noch wechseln, damit es ein bisschen näher dran ist. Ja, ist es. Okay. Können die anderen auch noch irgendwas machen hier für uns? Okay. Nicht. Also ein Speicher wäre noch ganz cool gewesen, finde ich. Aber egal. Und dann kommen auch schon die ersten Gegner auf uns zugestürmt. Die aber entscheidend normale Soldaten sind. Normale Soldaten, die ganz schön Aua machen. Okay, dann müssen wir gegen die ein bisschen aufstufen, wie es aussieht. Dann müssen wir erstmal immer einen niedermähen. Und Archer hier weg. Obwohl. Ah. Divided all enemies one to one enemy. Oh. Oh. To me. Dann machen wir einfach mal Attack, ne? Ganz normal. Okay. Die haben es auf Josephine abgesehen. Das ist schön. Wir müssen die hier niederkriegen. Gott sei Dank einer weniger. So. Und die könnt ihr jetzt auch so platt machen, ne? Danke. Boah. Geben noch nicht mal großartig viel. Das macht mir Kummer. So. So ein bisschen. Vor allem muss ich erstmal das Gebiet hier jetzt absuchen. Achso. Toll. Okay. Wäre nett, wenn nicht einer von euch mal auflädt. Nett. Und noch eine andere Frage ist, wie viel man aufgeladen kriegt. Ich weiß es nicht. Ähm. Okay. Wir müssen jetzt alle auf einen attackieren erstmal. Okay. Da er sowieso Josephine attackiert, werden wir uns jetzt um den kümmern. Ja, also die Hauptblickfänger für die Gegner hier sind anscheinend unsere Josephine und der sehr gute Zweig. Im Fachkreis noch Ast genannt. Aha. Was ein Witz, ne? So. Dann lasst mal sehen, ey. Die Items hier. Hat mir nicht auch noch Rüstungsteil gekriegt? Guardian plus Magic Defense plus 10. Äh. Pale Moon Gloves. Das wäre dann für... Ja. Equip... Nee. Equipment. Equipment. Ich hoffe, der kann die auch anziehen. Jupp. Okay. Und dann hatten wir ja noch... den Guardian Scarf. Den Guardian Scarf. Wäre dann... für die... Eyedrops. Okay. Und bitte Safe Point wäre dann auch ganz nett. Oh. Da war eine Ausschenke. Soll das heißen, wir können hier Essen und Schlafen trinken? Pfff. Pfff. Das sieht echt gut aus. Ähm. Ah, ich weiß nicht. Können wir später nochmal machen. Item. Dann haben wir noch die Dornruhen. Greater protection from water during the battles. User weapon element becomes water. Ja, bringen wir jetzt auch nichts. Water flowing. Einfach erstmal alle da rauf. Was hat er nochmal? Cyclone. Oh, wir können sogar Unite machen. Nee. Okay. To one enemy Column of enemies. Machen wir das mal. Das wird wahrscheinlich auch schwach sein. Oh. Oh. Okay. Die haben auf einen attackiert. Das ist gut. Den müssen die ja wohl klein kriegen, den einer. Das könnte ich noch ohne brauchen. Das könnte ich noch ohne brauchen. Sehr gut, Richard. Sehr gut, Richard. Guck mal. Oh. Guck mal noch. Egal, Fleck klappt. Wird jetzt aber attackiert auf ihn, ne? Nee, immer noch nicht, okay? So, jetzt muss man mal gucken. Josephine hat jetzt 74. Und wenn ich jetzt hier raufgehe, dann hat sie 121. Also, der legt ein ganz schönes Stück auf sogar. Könnte ich jetzt theoretisch mal, jetzt versuche ich mal hier so Experimente. Gehen wir mal auf Lyon. Ah, natürlich. Wäre ja auch zu lustig gewesen. Nope. Ja, das wäre wirklich zu lustig gewesen, wenn man hier hätte was machen können, ne? Ich weiß doch gar nicht, wo es lang geht. Also, wenn hier nach der Dings was aufgeladen kriegt, dann sind wir, wissen wir, dass das ganz cool läuft, wenn man swappt. In theory, Spalt müssen wir behalten. Was hatte sie noch? Oh, was hatte sie noch mal? Erdruhne. Na, das hat ja schon mal hervorragend geklappt. Ach, Gott sei Dank. Ja. Okay, dann muss ich noch mal die Aufnahme gleich unterbrechen und speichern. Boah. Denn wir wollen jetzt was kochen. So. Okay. Dann bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen und dann sehen wir uns demnächst wieder. Ciao. Ciao. Doe.